Russland nimmt einer Studie des Analyseunternehmens Economist Intelligence Unit zufolge seit dem Einmarsch in der Ukraine zunehmend die Züge einer Diktatur an. Russland habe sich schon seit langem von der Demokratie entfernt und zeige jetzt viele Merkmale einer Diktatur, so heißt es in dem am Donnerstag vorgestellten Demokratieindex für das Jahr 2022. Russland sei durch sein hartes Vorgehen gegen Kritiker und Medien so stark abgerutscht wie kein anderes Land. Insgesamt hätten sich die demokratischen Standards weltweit auch durch die Aufhebung von Covid-Schutzmaßnahmen im Untersuchungsjahr der Studie leicht verbessert. Negative Entwicklungen verhinderten aber einen größeren positiven Effekt als erwartet. Abgerutscht sind im Index auch Länder wie Burkina Faso, das mit dschihadistisch motivierter Gewalt kämpft, sowie Haiti nach der Ermordung des Präsidenten. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung lebe unter autoritärer Führung, die meisten Menschen davon in China und Russland.